Was fandst du eigentlich die Bilder von der Ursula? Die Nachtaufnahmen, die waren einfach super. Und die Sonnenuntergänge, das war doch super. Ja, schon, aber immer diese Einheiten... Nein, Scheiße, bitte nicht! Hey, hast du das gehört? Da schreit doch jemand um Hilfe! Scheiße, nein, nein! Komm, wir sollten uns da lieber nicht einbescheiden. Ja, aber... Das gibt nur Ärger. Nichts sauber. Komm jetzt. Bitte nicht! Komm jetzt! Jörg! Jörg! Was ist denn passiert, Doc? Hallo zusammen. Ja, die Frau wurde erstoffen. Ist noch nicht lange her. Also ich schätze mal eine halbe bis maximal eine Stunde. Ja, das würde passen. Vor einer halben Stunde hat jemand Schreier aus der Gegend hier gemeldet. Ja, dieses Ehepaar da vorne hat die Polizei verständigt. Wissen wir schon, wer sie ist? Ja, sie hatte wohl eine Handtasche bei sich. Ja, sie war noch ziemlich jung. Was ist los? Kennt ihr die Frau, oder was? Das ist doch Amins Freundin. Die Freundin von unserem Brotchenverkäufer. Der kommt jeden Tag ins Kelf. Sie hat ihn ein paar Mal vertreten. Jutta hat er sehnlich. Oh Gott. Die beiden wollten demnächst heiraten. Habt ihr die Tat drauf geschrieben gefunden? Wir sehen noch nicht, aber wir haben gerade erst angefangen. Okay, dann reden wir erst mal mit den Zeugen. Entschuldigung, gehören Sie dazu? Könnten Sie uns kurz alleine lassen? Danke. Wir sind von der Kripo Riez, mein Kollege Herr Grass. Tag. Sie sind das Ehepaar, das die Schreie gehört hat und die Polizei informiert hat, ja? Ja, ich war das nicht. Das war mein Mann Erwin. Und Sie haben dann nachgesehen, woher die Schreie kamen? Ja, ich wollte schon. Aber meine Frau hat gemeint, wir sollen uns da raushalten. Wieder raushalten? Was hätten wir denn Ihrer Meinung nach tun sollen? In der Gegend? Ich habe keine Lust, ein Messer zwischen die Ritten zu kriegen. Das verlangt ja auch niemand von Ihnen. Aber durch lautes Schreien hätten Sie vielleicht den Täter stören können. Hätte ich den Irren vielleicht noch auf mich aufmerksam machen sollen? Was verlangen Sie denn eigentlich von mir? Aber dann würde sie vielleicht heute noch leben. Vielleicht hätten Sie den Täter auch gesehen und dann später wieder erkennen können. Jetzt wollen Sie mir vielleicht auch noch eine Schuld einreden, ne? Also was soll denn das sein? Jetzt beruhigen Sie sich mal. Meine Kollegin will Ihnen lediglich sagen, dass Sie uns bei der Tätersuche hilfreich gewesen wären. Da bin ich ja schließlich nicht die Einzige, ja? Was meinen Sie damit? Da waren überall Leute hinter den Fenstern. Wo denn genau? Hinter welchen Fenstern? Na ja, gut, wo genau, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber hinter den Gardinen, da waren einige Köpfe. So, und jetzt reicht's auch. Ich habe Ihnen alles gesagt und wir haben unsere Pflicht getan. Kleinen Moment bitte noch. Jörg, habt ihr die Personalien? Ja. Okay. Gut, dann können Sie gehen. Aber wenn Ihnen noch was einfällt, dann melden Sie sich bitte. Widerspruch. Widerspruch. Wieder ein Grund, wieso ich nicht heiraten werde. Uiuiuiui. Na ja, komm. Dann reden wir erst mal mit den Anwohnern. Ihnen und einer muss da was mitgekriegt haben. Das gibt's doch nicht, dass niemand was gesehen oder gehört hat. Was hast du denn erwartet? Hier kümmert sich eben jeder um seinen eigenen Dreck. Hallo. Hallo. Guten Tag, wohnen Sie hier? Ja, wieso? Grüß ist mein Name. Kriminalpolizei. Meine Kollegin Frau Rietz. Vor etwa einer Stunde wurde eine junge Frau vor dem Haus erstochen. Achso, deswegen so draußen so ein Aufstand. Ja. Eine junge Frau, haben Sie gedacht? Ja. Oh Gott, meine Tochter. Die Gül. Nein, nein, wir haben die Tote bereits identifiziert. Das ist nicht Ihre Tochter. Haben Sie nichts mitbekommen? Nein, ich komme direkt von der Arbeit. Haben Sie schon mit meiner Tochter gerettet? Nein, da hat niemand geöffnet. Wahrscheinlich, weil ich ihr gesagt habe, sie darf keine Fremde reinlassen. Gül, habt ihr ein bisschen küsse? Gül? Ja? Komm mal raus, da sind die Leute von der Polizei. Ja. Eine junge Frau wurde hier ermordet vor dem Haus. Was? Ja. Haben Sie nichts mitbekommen? Nein. Aber die Frau hat laut geschrien. Nein, tut mir leid, ich habe gerade Musik gehört. Ich kann Ihnen jetzt echt nicht weiterhelfen. Nein, gut. Trotzdem machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Gehören. Und weiter geht's. Jemand muss doch was bemerkt haben. Das ist unglaublich. Da schreit eine Frau um ihr Leben und kein Schwein hilft ihr. Alle hängen in dem Fenster und gucken zu. Und nachher haben sie noch nicht mal was gesehen. Mit der Zivilcourage der Leute ist es nicht mehr weiter her. Ja. Und wenn mal einer einschreitet, so wie in München, dann kommt er dabei noch ums Leben. Anstatt die sich mal alle zusammentun und nicht wegschauen. Ich verstehe es auch nicht. Einen schönen guten Morgen erstmal. So. Lass mich raten. Michael wieder Salami und Alex Käse, oder? Soll ich es hier direkt? Was? Habe ich irgendwie Mario in der Nase oder was kommt hier so für Dröppel? Komm mal her, setz dich mal. Komm mal her. Setz dich mal hin. Hast du deine Mailbox gar nicht abgehört? Wir haben mehrmals versucht dich anzurufen. Ach Mist, ich habe mein Handy beim Kumpel vergessen. Das wollte ich nachher holen. Was ist denn los überhaupt? Wir haben keine guten Nachrichten für dich. Deine Verlobte wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Gewaltverbrechens? Ja. Sie wurde tot aufgefunden. Ey, das kann nicht stimmen, oder? Na doch. Es tut uns leid. Oh Gott. Wo ist sie denn jetzt? Hey Doug. Hallo Gerrit. Bist du schon fertig mit dir? Ja. Ja. Also vieles war ja schon am Tatort klar. Todesversächlich sind also die zahlreichen Messerstiche, wie schon vermutet. Ja, sieben an der Zahl. Alle von hinten ausgeführt. Tatwaffe? Gewöhnliches Küchenmesser. Also Klingenlänge, etwa 16 Zentimeter. Man sieht hier zwei der einen Stiche. Oh. Habt ihr die Tatwaffe nicht gefunden? Nein. Leider nicht. Mhm. Sag mal Doc, kannst du schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Ja, wie gestern schon angenommen, gegen 17 Uhr. 17 Uhr. Dann waren es doch Ihre Schreie, die das Ehepaar gehört hat. Das ist anzunehmen, ja. Stand sie vielleicht unter Drogen oder Alkoholanschluss? Nein, nichts dergleichen, aber sie war schwanger im zweiten Monat. Sicher? Gerrit, ich pflege zumindest nicht in der Dienstzeit zu scherzen. Oh mein Gott. Ob Armin davon wusste? Okay. Ich fahr mit Alex wieder an den Tatort. Wenn irgendwas ist, ich bin telefonisch zu erreichen, ja? Alles klar. Nein, die habe ich hier im Haus noch nie gesehen. Da sie nicht hier im Haus wohnt, gehen wir davon aus, dass sie jemanden besuchen wollte. Überlegen Sie doch nochmal. Ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Ich habe nichts mitbekommen. Ich hatte gestern Abend so schlimme Migräne, dass ich mir eine Schlaftablette eingeworfen habe. Was ist denn hier oder was? Ah, mein Mann. Georg hatte gestern Nachtschicht, deshalb steht er erst jetzt auf. Kripo Rieks, mein Kollege Herr Gras, es geht um den Mord gestern vorm Haus. Ja, ich habe schon davon gehört. Krass. Kennen Sie diese Frau? Nein. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Sie müssen meinen Mann entschuldigen. Wenn er aufsteht, dann braucht er immer ein bisschen Anlaufzeit. Irgendwie war der gerade komisch, oder? Naja, wenn der wirklich gerade erst aufgestanden ist, dann wird er schon mal komisch sein. Ach, sehen Sie nicht die Herrschaften von der Polizei, die gestern schon hier waren? Ja, genau. Haben Sie schon was rausgefunden? Naja, wir haben jetzt ein Foto, das ist etwas. Gucken Sie mal. Kennen Sie die Frau? Kennen nicht, aber die habe ich schon mal gesehen. Gestern mit dem Ruf. Was? Georg Ruf. Der hier oben wohnt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Der stand mit dieser Frau vorm Haus und die haben irgendwas getuschelt. Wann denn? Es muss so kurz vor fünf gewesen sein, weil da gehe ich immer mit meinem Hund raus. Und da habe ich die gesehen. So, kurz vor der Tat. Na schön, ich gebe es zu. Ich hatte ein Verhältnis mit Jutta. Und wie lange ging das schon? Etwa drei Monate. Und gestern waren Sie mit ihr verabredet? Nein. Tja, man hat sie aber gestern zusammen gesehen. Naja, Jutta hat mich auf dem Weg zur Arbeit abgefangen vom Haus. Warum? Sie wollte irgendwas Wichtiges mit mir besprechen. Verstehen Sie, ich war nicht gerade begeistert, dass sie einfach da aufgetaucht ist. Wegen Ihrer Frau, oder? Ja, sicher. Deswegen war ich so angepisst. Wir hatten eine klare Vereinbarung. Weder Ihr Verlobter noch meine Frau sollte irgendwas davon mitkriegen. Und das hat Sie mächtig wütend gemacht, oder? Ja, ich war sauer. Ich war wütend. Ich habe das Gespräch abgeblockt. Wir wollten am nächsten Tag reden. Ach, dann hat sie Ihnen gar nicht erzählt, dass sie schwanger ist. Sie war schwanger? Ja, genau. Wissen Sie was? Ich glaube, sie hat Ihnen davon erzählt. Und genau deswegen sind Sie ausgerastet und haben Sie getötet. Herrgott, nein. Ich wusste nichts von dem Kind. Das ist einfach von mir. Ja. Wir haben gehofft, dass Sie uns die Frage beantworten können. Ach, dann war es das, was sie mit mir besprechen wollte. Hätte ich doch mit ihr geredet und sie nicht einfach da stehen gelassen. Vielleicht wäre sie dann jetzt noch am Leben. Sorry, Leute. Eine Zeugin hat sich bei Gerrit gemeldet.